Tag, heute ist Sonntag, der 17. April 2016. Ja, ich habe noch nichts aufgenommen und meine Schwester lacht mich gerade aus, weil ich noch nichts aufgenommen habe. Aber es ist noch früh, halb zehn. Du musst aber ein bisschen selber anfahren. Ja, aber es ist Sonntag und Sonntags bin ich hier taglich. So, ja, wir gehen jetzt erst mal an den Strand, auch wenn wir ein bisschen spät dran sind, aber egal. Bisschen stehen mit der Türen. Achso. Ich sag ja, du musst mal überall hin. Ja. Wo? Ja, blauer Himmel. Ja, alles grau. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020